Vielleicht bin ich ja doch einfach nur ein Paranoid. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin's auch leid. Meine Geschichte ist jetzt Ende, Frank. Aber da gibt's noch was zu tun. Da oben. Auf der Polarstation. Ich hab da ein bisschen rumgeschnüffelt. Ich weiß nicht was. Aber irgendwas, irgendwas wird da passieren. Was fürchterlich ist, das spüre ich. Weißt du noch? Unser erstes B-Bag am Notpol. Wir wären fast draufgegangen, weil wir das GPS verloren haben. Unentdecktes Land. Davon haben wir doch noch geträumt, die weißen Flecke auf der Karte mit unserem Tatendrang zu eliminieren. Frank, sorg dafür, dass die weiße Flecke auf der Karte verschwindet. Mach, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Du musst meine Botschaften an dich finden. Das ist wichtig. Dann bin ich wenigstens nicht umsonst gestorben. Mach's gut, Frank. 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 Mach's gut, Frank.